Heute kümmern wir uns ein bisschen um Threads, also was sind Threads, wo kommen Threads her, warum brauchen wir die eigentlich, weil wir haben ja Prozesse, da brauche ich ja nicht auch noch Threads. Dann schauen wir uns an, wie sieht eigentlich so eine API für Threads aus, also analog zu dem, was wir von den Prozessen her gekannt haben. Und dann schauen wir uns noch an, wie Logs funktionieren und wie man Logs auch programmieren sollte. Ich bin mir nicht sicher, wir haben ein bisschen später angefangen, ob wir wirklich 90 Minuten brauchen, vielleicht sind wir auch ein bisschen früher fertig. So, also Threads. Auch heute habe ich hier wieder überlegt, Lernziele und Kompetenzen, warum wir das machen. Also Sie sollten bis hin die Grundlagen von Threads und die Schnittstelle zur Steuerung von Threads verstehen, also wo kommt das her und warum braucht man das. Und dann sollten Sie auch Lösungsansätze kennenlernen, um Datenstrukturen zu entwerfen, mit denen sich solche Logs realisieren lassen. Wir schauen uns ein, zwei Beispiele an, wie das zum Beispiel auf der x86 Architektur umgesetzt wurde und in dem Buch, was der Vorlesung auch zugrunde liegt, in diesem Ausdeckbuch. Da sind auch nochmal zwei Varianten mehr enthalten und die schauen wir uns an der Stelle auch nochmal an. Bistensweise auf die verweise ich später nochmal. Genau, also das sind die zwei Kernpunkte, um die es geht. Ah, sehr cool, ja genau, Buch könnte ich noch einbauen, genau. So, was haben wir denn? Teil 1, Threads. Also was hat man bisher gelernt? Ich habe es ja gerade schon mal ganz grob wiederholt. Also einmal das ganze Thema Virtualisierung von einer CPU. Also zum Beispiel, dass wir mit dem Scheduling den Anschein erwecken, als gäbe es entsprechend viele CPUs. Dann haben wir uns angeschaut, wie kann man Speicher virtualisieren, also mittels Adressräumen den Anschein erwecken. Als hätte jedes Programm seinen ganz eigenen Speicher. Sie erinnern sich, virtuelle Adressräume. Da greife ich immer drauf zu und weiß eigentlich gar nicht, wo die Daten im physikalischen Speicher drin liegen. Genau, und dabei haben wir eigentlich immer die Annahme getroffen, dass so ein Prozess aus einem einzigen Anführungsstrang besteht. Also dass der Code quasi linear abläuft. Das ist linear in dem Sinne von, ich habe eben nur einen einzigen Codestrang, der da ausgeführt wird. Jetzt haben Sie wahrscheinlich alle schon ein bisschen programmiert und vielleicht auch schon mal in der einen oder anderen Programmiersprache mit Threads gearbeitet. Also in Java geht das, in Dorett geht das, da kann man relativ einfach Threads erstellen. In C kann man das auch machen, da schauen wir uns heute ein bisschen an, wie die API in C aussieht. Also Threads, anstelle von nur einem Ausführungsstrang, besitzen sogenannte Multi-Threaded-Programme eben mehrere solche Ausführungsstränge. Also der Code ist eben nicht nur ein Strang, es sind nur mehrere. Und jeder hat diese Ausführungsstränge, also ein Strang oder entsprechend auch Faden, wie das auf Deutsch heißt, also Deutsch ganz schreckliche Worte. Das englische Wort ist dafür Thread und deswegen sprechen wir auch hier immer von Threads. Und wie immer Sie es wahrscheinlich hier von dem Stream schon gewohnt sind. Ich verwende in der Regel die oder versuche dann meistens die englischen Begriffe zu verwenden, wie Thread. Zumindest wenn die immer ein bisschen cooler klingen als die deutschen. Also da bleiben wir hier auch bei Thread. Ich finde aber Faden oder Ausführungsstrang oder Strang allgemein klingt eigentlich gar nicht so toll. Genau, also so ein Ausführungsstrang, der kann grundsätzlich wie ein Prozess verstanden werden. Also der hat eigentlich die gleichen Eigenschaften wie ein Prozess. Der funktioniert genauso wie ein Prozess. Das heißt, ich kann den schedulen, ich kann zwischen Threads auch Context-Suite ausführen. Ich brauche auch entsprechend für solche Threads die ganzen Register. Es gibt aber einen ganz wichtigen Unterschied. Während jeder Prozess eben seinen ganz eigenen Adressraum besitzt. Also Sie erinnern sich, jedes Mal wenn eine Context-Suite für einen Prozess durchgeführt wird, ändert sich halt der komplette Adressraum. Und wenn ich mehrere Threads innerhalb eines Prozesses habe, dann greifen die eben alle auf einen gemeinsamen Adressraum zu. Und jetzt kommt es. Deswegen können Threads auch auf die gleichen Daten, oder nee, nicht auf die gleichen, sondern ganz wichtig, auf dieselben Daten zugreifen. Gerade schon erwähnt, Threads können grundsätzlich wie Prozesse behandelt werden, also ein paar Eigenschaften davon. Sie benötigen einen Programm-Counter, also einen Programmzeiger für die nächste Instruktion, also welcher Maschinenbefehl in dem Thread wird als nächster ausgeführt. Jeder Thread hat sein eigenes Register. Und laufen mehrere Threads auf einer CPU, muss ein Context-Bitch stattfinden. Jetzt vielleicht auch für alle, die heute neu dazubekommen sind, oder alle, die schon dabei waren und es vergessen haben. Der Einfachheit halber sprechen wir immer von einer Ein-CPU-Maschine. Später, wenn wir diese komplette Concurrency-Thematik durchhaben, wahrscheinlich in der nächsten Vorliegungs-Einheit sollten wir alle schaffen, dann kommen wir vielleicht am Ende, je nachdem wie viel Zeit bleibt, nochmal auf Multi-CPU-Systeme zu sprechen. Der Punkt ist, das macht alles nochmal komplizierter. Aber dass man die Grundlagen und die grundlegenden Konzepte versteht, beschränken wir uns ja immer erstmal auf Single-CPU-Systeme. Das macht das Leben für uns einfach nochmal einfacher. Das war so eine der Grundannahmen, die wir ganz am Anfang in der ersten Vorlesung getroffen hatten. Genau, was brauchen wir noch für den Context-Bitch? Benötigen wir, jetzt heißt es ein Thread-Control-Block, analog zu dem Process-Control-Block. Den hatten wir dann auch in den ersten beiden Vorlesung-Einheiten, wo wir den vorgestellt hatten. Genau, wichtiger Unterschied, wie schon erwähnt, der Adressraum bleibt beim Context-Bitch von Threads immer der gleiche. Das heißt, die anderen Dinge wie Thread-Control-Block, Program-Counter und die ganzen Register, die ändern sich. Aber der Adressraum bleibt der gleiche. Denn wenn ich mich nicht täusche, habe ich da auch ein Bildchen. Der Punkt ist, Threads laufen unabhängig voneinander und rufen, das kann man sich jetzt einmal in die Erinnerung rufen, und rufen eigene Routinen auf, also mit eigenen lokalen Variablen, mit Rücksprungadressen und auch zum Beispiel mit eigenen Parametern, wenn eine Funktion oder eine Routine aufgerufen wird. Und deswegen benötigt jeder Thread seinen eigenen Stack. Das heißt, wenn man sich das nochmal in so einem Adressraumbeispiel hier auf der rechten Seite anschaut. Ich habe einmal den Programmcode, den wir hier oben hatten, von 0 bis 1 KB. Dann haben wir hier den Heap, 1 KB bis 2 KB. Also da liegen alle die dynamisch adoptierten Speicher oder Variablen oder Objekte, Strukturen, Entschuldigung, drin. Hier haben wir erstmal nichts. Also der Heap wächst hier nach oben und der Stack wächst entsprechend nach oben. Und was eben in jedem Stack jetzt drin steht, ist, wenn eine Routine aufgerufen wird, dann alle lokalen Variablen werden da reingepackt, die Rücksprungadresse wird da reingepackt und was hat man noch? Lokale Variablen, Rücksprungadresse und die Parameter werden da reingepackt. Und da eben jetzt jeder Thread voneinander unabhängig läuft, wird ein Stack irgendwo in diesen freien Speicherraum hier reingepackt. Und was man hier jetzt auch schon sieht, natürlich durch diese Threads wächst die interne Fragmentierung in so einem Adressraum, da ich jetzt da immer schauen muss, wo passt dieser Stack rein. Und hier sehen wir auch das Problem. Dieser Stack 1, also zum Beispiel von einem Thread 1, der kann eben bis zu dieser Stelle wachsen, wo der Stack 2 anfängt, wogegen der Stack hier theoretisch wachsen kann bis zum Ende vom Heap, also bis kein Speicher mehr da ist. Und je mehr Threads ich habe, desto mehr Stacks brauche ich dementsprechend auch. Also ich hoffe, dass das ein bisschen klar wurde. Wenn man da ein bisschen recherchiert, der englische Begriff dafür ist Thread Local Storage. Also alles, was eben lokal dem Thread gehört, liegt entsprechend auf dem Stack. So und jetzt schon mal angesprochen, im Prinzip ist es ja wie ein Win-Prozess. Und jetzt stellt sich vielleicht die Frage, warum brauchen wir überhaupt Threads? Offensichtlich ist es wahrscheinlich, wenn wir über Parallelisierung sprechen. Das heißt, sobald ich mehrere CPUs habe, dann könnte ich natürlich in einem Prozess mehrere Aufgaben gleichzeitig durchführen lassen. Es gibt ja auch Algorithmen, zum Beispiel die nach Divide & Conquer funktionieren, wo ich Problemstellungen auseinander dividieren kann. Und dann könnte ich jeden Teil dieser Problemstellung parallel berechnen und dann stelle, dass ich das eben in verschiedene Prozesse reinpacke. Weil dann stellt sich die Frage, wie kriege ich das mit den Daten synchronisiert? Kann ich da natürlich verschiedene Threads verwenden, weil ich zum Beispiel auf die gleiche Datenstruktur im Heap zugreifen kann. Also das macht vielleicht gerade bei solchen Algorithmen, die auf Datenstrukturen zugreifen sind. Das kann man sich dann durchaus vorstellen. Dann noch etwas subtiler. Also das war der offensichtliche Teil. Ein bisschen subtiler. Sie haben jetzt schon gelernt, wie Threads funktionieren, wie Prozesse funktionieren. Und was wir schon mal hatten, war der Punkt, dass in dem Moment, wenn ein Prozess auf eine I.O.-Operation wartet, dann wird er ja geblockt. Das ist ein anderer Thread-Prozess. Das komme ich ja schon selbst durcheinander. Das heißt, wenn ein Prozess auf eine I.O.-Operation wartet, dann wird er ja geblockt. Und wenn ich jetzt einen zweiten Thread in meinem Prozess hätte und eben der Thread wegen der I.O.-Operation geblockt wird, dann könnte ja theoretisch der andere Thread weiterlaufen. Also der Scheduler könnte dann den zweiten Thread in meinem Prozess starten oder weiterlaufen lassen. Und damit würde der Gesamtprozess nicht blockiert werden. Also das ist so eine Möglichkeit. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, okay, was könnte ich da anstellen? Je nachdem, wie ich das programmiere, könnte ich ja dafür sorgen, dass eben nur mein eigener Prozess läuft, weil ich entsprechend viele Feds da drin habe. Das kommt, ich überlege gerade noch, das kommt vielleicht dann das nächste Mal noch zu mir zum Sprechen. Also der Vorteil, den wir jetzt haben, ist, mein Prozess wird nicht zwingend blockiert. Und, auch schon erwähnt, der Thread greift eben auf die gleiche Datentruktur zu, wie alle anderen Threads innerhalb meines Prozesses. Und dann kann ich eben darauf operieren. Na, das ist jetzt erstmal die Idee an der Stelle. Okay, soweit Fragen, warum man Threads benötigt. Also da gerne noch mal im Chat immer gerne fragen. Austauschen ist da schon erlaubt. Gar kein Thema. Also Threads soweit. Dann stellt sich noch eine Frage und zwar Threads und Determinismus. Also Determinismus ist eigentlich, einfach noch mal zur Wiederholung, falls das noch nicht in den Vorlesungen dran war. Wenn ich ein Computerprogramm starte und ich starte das beliebig oft, dann liefert mir dieses Programm am Ende immer das gleiche Ergebnis. Und selbst, wenn ich zum Beispiel mit einer Random-Funktion arbeite, wenn ich den gleichen Seed in die Random-Funktion reinwerfe, dann sollte eigentlich die auch immer den gleichen Zufallswert rausliefern. Also ist er eben nur bedingt zufällig. Das heißt, jedes Mal, wenn das Programm ausgeführt wird, geliefert ist das gleiche Ergebnis. Und jetzt kommt eigentlich die fiese Geschichte. Die Threads laufen eben nicht deterministisch. Also im Gegensatz zu Prozessen laufen die Routinen im Thread unabhängig vom Aufrufer. Und was tatsächlich läuft, wird eben immer durch den Scheduler gesteuert. Und was wir gleich auch noch machen, ist, wir schauen uns mal an, was passiert eigentlich, wenn eben Threads immer auf die gleichen Daten zugreifen. Weil, da ich ja nicht weiß, wie die Threads nacheinander laufen und vielleicht auf die Daten zugreifen, könnte es durchaus sein, dass da am Ende ganz unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Und tatsächlich ist es so, in dem Moment, wenn ich mit Threads arbeite, dann bekomme ich am Ende unter Umständen, wenn das nicht sauber programmiert wurde, unterschiedliche Ergebnisse. Und zwar jedes Mal, wenn ich das Programm laufen lasse. Das heißt, die Konsequenz für uns ist, unter Umständen kann ich mit Threads nicht deterministische Programmläufe und Ergebnisse erzeugen. Ein bisschen genauer und auch, wie sich Threads erzeugen lassen, steht dann nochmal im Ausdip, in dem Kapitel 26.2, wie eben Threads in C erzeugt werden. Jetzt habe ich mal so ein Scheduling-Beispiel mit einem Thread. Und hier überlegen wir uns mal, wie könnte man das eigentlich programmieren, wenn ich einen Counter um 1 erhöhen möchte. Jetzt hatten wir ja schon mal so ein paar Assembler-Beispiele. Und auch hier habe ich nochmal das Beispiel aus dem Buch genommen. Und zwar lesen wir den Wert aus dieser Speicheradresse, aus 0x8049A1C und schreiben den erstmal in das Register ERX rein. Dann erhöhen wir den Wert, der da drin steht, um 1. Also wir adden 1 auf den Wert, der in ERX drin steht. Und am Ende schreiben wir den Wert, der in ERX drin steht, wieder zurück an die Speicheradresse 8049A1C. Was könnte da schon schief gehen? Also Wert wird geladen, Wert wird um 1 erhöht und dann wird er zurückgeschrieben. Hat da schon jemand vielleicht eine Idee im Chat, was da kaputt gehen könnte? Also gerade wenn wir über Thread sprechen. Es könnte ja durchaus passieren, dass ich eine Programmausführung irgendwo unterbreche. Also dass so ein Thread genau unterbrochen wird. Das heißt, da könnte an der ersten, an der zweiten Zeile unterbrochen werden. Und genau das Beispiel schauen wir uns jetzt mal an. Also Annahme. Ich habe zwei Threads. Wir nehmen T1 und T2. T1 führt den Code aus und erhöht den Wert. Also wir gehen jetzt mal davon aus, ich bin jetzt auch beim Beispiel im Buch geblieben, dass es da keine Formierung gibt. Gehen wir mal davon aus, dass in diesem Adressbereich 8049A1C der Wert 50 drin steht. Und ich möchte den eben um 1 erhöhen. Das heißt, die 1 lädt erstmal das rein und schafft das auch. Also die 1 erhöhen. Das heißt, jetzt steht ja im ERX die 51 drin. So, und was passiert jetzt? Jetzt gibt es einen Timer Interrupt. Und das Betriebssystem, also das hatten wir gelernt bei Preemptive Multitasking System. Jetzt bekommt das Betriebssystem die Info. Oh, die Zeitscheibe ist um. Und wir machen jetzt mal ein Contact Speech. Das heißt, das Betriebssystem nimmt jetzt den kompletten Threader T1 und speichert den komplett weg. Das heißt, alle Register werden weggeschrieben. Und dazu gehört eben auch das ERX-Register. Da steht nämlich gerade die 51 drin. Und es wird jetzt auch der Programm-Counter weggeschrieben. Und der sagt ja, okay, das nächste, was passieren soll, ist eben das Zurückschreiben in ERX. Das heißt, er hat jetzt den Wert in ERX erhöht. ERX wird gerade weggeschweigert, was da drin steht. Und man merkt sich, ich möchte jetzt diesen nächsten Befehl ausführen. Jetzt wird T2 ausgeführt. Jetzt findet er dieser Kontext mit statt. T2 wird reingeladen. Die Register werden beladen. Und in ERX steht jetzt eben vielleicht nichts drin. Und jetzt fängt T2, weil er auf den gleichen Code zugreift, macht im Prinzip das Gleiche. Er lädt den Wert, der aus dem 8049A1C drin steht. Jetzt noch mal erinnern, da steht ja immer noch 50 drin. Weil dieser Thread 1 hat es nicht geschafft, den wegzuschreiben. Noch mal dran denken. Jeder Thread hat eben seine eigenen virtualisierten Register, also ERX. Das gehört eben nicht beiden Threads gemeinsam. Das gehört jedem Thread für sich. Und das heißt, der Thread 2 lädt jetzt in ERX auch die 50 rein. Erhöht das. Und schafft es auch, das wegzuschreiben. Weil der wird eben nicht unterbrochen. Das ist eine tolle Geschichte. Jetzt steht nämlich in der Speicheradresse 51 drin. Und jetzt findet noch mal eine Context-Switch statt. Jetzt ist es für den Thread 2 nicht so schlimm. Er hat die drei Operationen entsprechend durchgeführt. Und T1 wird jetzt wieder reingeladen. Und da werden auch wieder alle Register geladen. T1 ist er an der Stelle gewesen. Er hat es eben nicht geschafft, den letzten Befehl auszuführen. Der lädt das entsprechend rein. Und jetzt steht in ERX wieder die 51. Weil das war das, was wir vor dem Context-Switch weggeschrieben hatten. Und jetzt führt ja der Thread 1 noch die dritte Zeile aus. Also der schreibt den Wert der 51 in ERX zurück an die Speicheradresse da. Und jetzt kann man sich überlegen, was hätte eigentlich jetzt, nachdem beide Threads gelaufen sind, in dieser Adresse stehen sollen. Und was steht da drin? Also es steht drin, das sehe ich gerade im Chat schon, da wird was geschrieben. Das nehme ich genau andersrum als das Beispiel, das im Chat genannt wurde. Im Chat wurde gesagt, kann doppelt erhöht werden. Also das stimmt. Das Problem, was hier jetzt aber tatsächlich passiert ist, das ist ein ganz klassisches Lost Update. Also beide haben versucht, was zu schreiben. Und der eine hat den Wert vom anderen überschrieben, beziehungsweise noch einen alten Wert geladen. Und es hätte jetzt eigentlich die 52 drin stehen müssen. Und es steht aber am Ende nur die 51 drin. Jetzt kommt jetzt im Chat noch, ob das in Java oder C Sharp, eine Variable, Volatile, deklariert werden würde. Habe ich ewig lang nicht mehr gemacht. Aber wenn es eben um den konkurrierenden Zugriff auf die Variable geht, dann müsste das passen genau. Aber da müsste ich selber nochmal reinkommen. Können wir vielleicht nach dem Scream nochmal kurz reinschauen. Genau, da wird gefragt noch, könnte die ERX-Adresse auch geteilt werden und von der Runtime-Library die Zugriffe überwacht werden. Der Trick an der Stelle, und da kommen wir später noch drauf zu sprechen, ist, es funktioniert ja immer mit einer Mischung aus, was bietet die Hardware an, also was unterstützt die Hardware und was macht das Betriebssystem. Und das ERX-Register ist eben eines der Register, das virtualisiert ist. Das heißt, jeder Thread oder jeder Prozess hat eben seinen eigenen ERX-Register. Und der wird auch entsprechend weggespeichert. Und wenn man jetzt hingehen würde und sagt, es gibt eben ein Register, auf das beide zugreifen können, dann wäre das tatsächlich so. Und es ist auch so, wir kommen später noch auf Befehle, Assembler-Befehle in der x86-Architektur zu sprechen, die genau so Zugriff auch ermöglichen. Also wenn zum Beispiel Werte geschrieben werden, dann gibt es entsprechend atomare Befehle bei x86ern oder auch bei anderen Systemen, dass sowas eben nicht passiert. Das Problem ist, auch wenn ich das Register teile, muss ich ja sicherstellen, was passiert eigentlich, wenn jetzt dieser Thread zum Beispiel blockiert wird oder descheduled wird und wenn ein anderer Thread gescheduled wird und auch auf das gleiche Register zugreift. Also ich würde das Problem nicht lösen dadurch, dass mehrere Threads oder mehrere Prozesse das gleiche Register teilen. So, also, jetzt haben wir gesehen, das Ergebnis hängt ja vom Timing ab, wann der Code ausgeführt wird. Und der Begriff dafür, unter dem das läuft, ist ein Race Condition. Und so eine Race Condition führt zu einem sogenannten nicht-deterministischen Programmfehler, der in der Regel tatsächlich ganz schwer zu finden ist. Also wer schon mal versucht hat, solche nicht-deterministischen Programmfehler zu finden im Debuggen, das ist tatsächlich schwierig, weil, was passiert, bei jedem Debug-Vorgang kann das ja unterschiedlich aussehen. Und das kann auch noch schlimmer werden, dass man im Debuggen ja alles anders aussieht, als das, was tatsächlich später bei einem Programm abläuft. Und das Ergebnis, also wenn Sie danach mal suchen, das Ergebnis, was aus einem nicht-deterministischen Programmfehler rausfällt, das nennt Sie auf Englisch schon auch Indeterminate. Indeterminate, genau. So, und da kommt noch die Frage, das müsste dann quasi in das Scheduling integriert werden. Genau, also da geht es noch mal darum, ich habe ein Register, das ich zwischen Threads oder zwischen Prozessen teile. Also ich habe, jetzt überlege ich gerade mal, ob man das hinbekommt, aber eigentlich habe ich tatsächlich, wenn zwei Prozesse oder zwei Threads auf ein Register zugreifen, habe ich immer das Problem, dass eben das Rauslesen und das Reinschreiben muss ich ja im Prinzip atomar machen. Das heißt, ich muss einen Log, wir kommen ja da später noch drauf zu sprechen, ich muss einen Log erstellen, dass eben zwei Dinge nicht auf das gleiche Register zugreifen dürfen. Also man kann sich da auch theoretisch immer folgendes Szenario, folgendes Szenario nochmal zurechtbiegen. Ich lade etwas aus dem Register und ein anderer Thread und ich werde jetzt die Schedule, dass ein anderer Thread läuft und er möchte auch was rauslesen aus dem Register, weil das ein Shared Register ist. Also rauslesen ist eigentlich kein Problem, aber was passiert jetzt? Ich mache wieder ein Context Speech, der erste Thread schreibt was in dieses Register rein. Eigentlich dürfte er gar nicht rausschreiben oder nicht reinschreiben, weil der zweite Thread ja auch was rausgelesen hat. Das ist auch so ein ganz typisches Datenbankproblem. Das heißt, ich habe was rausgelesen, der zweite Thread hat es rausgelesen, dann möchte der erste Thread was reinschreiben und wenn ich dann wieder zu dem zweiten Thread wechsle, dann hat er ja immer noch den Wert, den er vorhin gelesen hatte. Das heißt, eigentlich müsste jetzt der zweite Thread hingehen und nochmal den Wert aus dem Register lesen, dass er den aktuellen Wert hat. Also egal, sobald ich in dieses parallele Thema reinkomme, dann kann ich mir immer ganz schnell diese Probleme bauen und man hat ja das versucht seit den 60ern, also mit Guards und mit Logs, also was wir gleich noch durchsprechen.